Manche Themen besprechen wir nur im engsten Freundeskreis, wenn überhaupt. Das eigene Sexleben ist zum Beispiel für viele Menschen immer noch so ein Tabuthema. Klar, man kann ExpertInnen befragen und wenn es um die Gesundheit geht, dann sollte man das auch. Aber um sich hier und da Inspiration zu holen, tut es ein Podcast natürlich auch. In unserem heutigen Hörtipp fragt ein Journalist jenseits der 50 eine Sextherapeutin aus. Was sind Stoßtechniken, will er zum Beispiel wissen, beziehungsweise fragt er für einen Freund. Das klingt so ein bisschen ingenieurartig. Hilf mir. Ja, Stoßtechnik ist immer so ein großes Wort, weil die Klienten, die zu mir kommen, die haben manchmal nicht das Konzept, dass man die Stoßrichtung bzw. die Geschwindigkeit verändern kann, dass man die Technik so verändern kann, dass es sich anders anfühlt. Und wir haben dafür entwickelt, also nicht wir beiden, wir haben es ja auch übernommen, wir haben gesagt, was ist eigentlich der Spatz zum Beispiel, was ist zum Beispiel der Wal, da geht es nicht nur um Umfang und Länge des Penises, auch hier nochmal ganz, ganz, ganz doll gesagt, gerade für die Herren, es geht nicht um die Länge, es geht, weißt du, Vorsprung durch Technik. Was ist, wenn der Penis als Wal kommt oder als Spatz kommt? Was es mit dem Wal und dem Spatz auf sich hat, das erklären der Journalist und Autor Hajo Schumacher und die Sexologin Katrin Hinrichs in ihrem Podcast Ich frage für einen Freund. Den Sex-Podcast für Erwachsene stellen wir euch heute vor. Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM. Von A wie Aufschlauen bis Z wie Zweisamkeit. Im Podcast Ich frage für einen Freund plaudern sich Hajo Schumacher und Katrin Hinrichs gemeinsam durch das Sex-ABC. Dabei geht es vor allem um Sex und Zärtlichkeit in der zweiten Lebenshälfte. Hajos Freund hat schließlich viele Fragen zu dem Thema. Da bietet es sich an, das Ganze alphabetisch abzuarbeiten. Beim Buchstaben S darf natürlich ein Thema nicht fehlen. Was sich hier gleich sehr gut anbietet, ist das Thema Solosex. Du bist angetreten, den Solosex aus seiner verzweifelten, einsamen Schmuddelecke zu holen. Warum? Ja, weil ich das natürlich tagtäglich in der Praxis erlebe, wie wichtig die Lernerfahrung des Solosex ist und wie wichtig das ist, dass man erstmal seinen eigenen Körper kennenlernt. Und vielleicht auch entscheidend ist natürlich dabei auch immer, was finde ich wirklich auch gut an mir, was fühlt sich gut an. Und das wirklich für sich selber auszuprobieren. Und auch mit einer Lernkurve, weil das, was ich vielleicht mit 15, 16, vielleicht mit 18, 19, 20 noch gut fand und was noch gut funktioniert hat, muss nicht mehr mit Ende 40, Anfang 50, Mitte 50 funktionieren. Aber wir wissen, dass sozusagen das Lustvolle, das Genießerische, das lässt nicht nach. Vielleicht muss ich was anderes mal machen. Aber das ist doch toll, wenn man das erstmal alleine ausprobiert. Weil wenn du weißt, was du alleine gut findest, dann bist du doch eher in der Lage, das auch zum Partner rüber zu kriegen. Die Erfahrungen aus dem Solosex auf die zärtlichen Stunden zu zweit zu übertragen, ergibt also Sinn. Allerdings nur, wenn man seine sinnliche Zeit alleine auch ganz bewusst gestaltet und nicht etwa auf die schnelle Welle aufspringt, wie Katrin Hinrichs diese Methode nennt. So diese sogenannte schnelle Welle vorm Pornokasten, vorm Computer. Weißt du, früher habe ich gefragt, machen Sie das? Heute frage ich, wie oft Sie es machen und wie Sie es machen. Weil das ist immer so entscheidend. Denn wenn das da funktioniert, meinetwegen auf dem Stuhl sitzen, den Porno, die Pornofilme werden immer schärfer, weil sie es ein bisschen abnutzt. Das bedeutet noch lange, lange nicht, dass es auch mit dem Paarsex funktioniert. Warum? Weil das ist konditioniert, das ist beigebracht. Wenn ich zum Beispiel mit einer harten oder mit einem Druck der Faust ganz doll den Penis stimuliere. Also den Jürgen würgen. Sozusagen, ja, wirkt die Gürg. Dann bedeutet es noch lange, lange nicht, dass das dann noch passiert, weil keine Vagina der Welt hat so einen Druck wie diese Männerfaust. Das heißt, das hat er sich beigebracht über Jahre und da fängt es an, kritisch zu werden. Die spüren nicht genug, die spüren nur so, wenn sie diesen Druck so machen, dann können sie überhaupt noch kommen. Das heißt, der Paarsex befriedigt dich nicht mehr, sondern nur noch der selbstgemachte. Was Männer tun können, damit ihr Solosex nicht darin ausartet, den Jürgen zu würgen, darüber sprechen Hajo Schumacher und Katrin Hinrichs in Ich frage für einen Freund. Neben Stoßtechniken und Solosex geht es im Podcast zum Beispiel auch um Wellness für die Joni, um die Frage, ob wir einen Pornoführerschein brauchen und darum, wie wir Dirty Talk lernen können. Ich frage für einen Freund, der Sex-Podcast für Erwachsene wird produziert vom Hamburger Abendblatt. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Und wer diesen Podcast hört, nutzt dein Schlafzimmer gern auch mal als Kreativraum. Das war unsere Podcast-Empfehlung für heute. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast-Podcast von Detektor FM auf Lekton, Overcast, TuneIn, Radioplayer oder Downcast. Wenn ihr eine Podcast-Empfehlung habt, die ihr mit der Welt teilen wollt, schreibt uns eine E-Mail an podcastpodcast.detektor.fm. Und wenn ihr auch sonst keine Neuigkeiten von Detektor FM verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Newsletter. Darin erfahrt ihr einmal im Monat von unseren Highlights und Verlosungen. Dieser Tipp kam von Julia Segers. Die Redaktion hatten Ina Lebetjev, Joana Voss und Doreen Rothmann. Produziert hat die Folge Benjamin Zerdani. Und ich bin Caroline Breitschädel. Wir hören uns.